Guter Wurf. Klappt das auch, wenn mehr auf dem Platz stehen? Wenn du hinten liegst und die Leute rufen, wie scheiße du bist? Manchmal reicht es schon, wenn das nur zwei Leute rufen. Was willst du? Was ich will? Ich frag mich, was du willst. Ich meine außer meinem Platz im Team und meiner Freundin, hm? Keiner von uns im Team hat Bock auf dich. Ich hab keinen Bock auf dich und die Jungs haben auch keinen Bock auf dich. Und meine Freundin hat erst recht keinen Bock auf dich. Aber ich mach dir ein Angebot. Du gegen mich. Mann gegen Mann. Du darfst sogar Ort und Zeit bestimmen. Wenn du gewinnst, verlasse ich das Team. Wenn ich gewinne, kriegst du in das Loch zurück, wo du hingehörst und bleibst da gefälligst auch. Nenn mir einfach Zeit und Ort und ich bin da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017